Mission 6 Jo, aber wir gucken erst mal unseren Pilot an Ja, da gibt es eigentlich nichts zu sagen Wow, 6 Kollisionen Ja, was man nicht alles abräumen kann Lufteinheiten, 151 Nur 2 Wassereinheiten, hat man ja auch nicht zu viele Jo, Autsch Klebstoff rennen Ja, wir sollen vom Gegner Klebstoff klauen Damit unsere höheren Bosse schnüffeln können Aha, aha, aha So, wir nehmen die Jungas Ah, schnell ist es nicht, Kontrolle Oh, 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 oh Naja, wir testen Jede Maschine Von daher Egal Fliege nach oben und fahr Was fragt den Gegner nach dem Schlüssel zum Elternschlafzimmer Und wir haben Räder Wir haben Räder Wir haben Räder Juhu Wir haben Räder und Maschine Wuuu Denkbare Raketen Mönch Da fliegen wir mal langsam rein, sonst macht's bumm Ey, ich will ja an nen Klebstoff Kommt mal einer nicht hin? Oh, oh, nee, haben wir ja schon. Sollten wir einsammeln. Okay. Oh, yes, go, 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 go. Bloß nicht das Feuer anmachen, dann haben wir ein Problem. brauche ich noch einen Rahmen? oh 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 oh! Na toll! Bombenlauberbombenbombenbomben! Was haben wir vergessen? Nein. Licht aus! Oh, Upgrades Bomben Oh, wie sind so träge? Ist auch nicht gerade sehr wendig hier. Treibstoff Yippee Hey, 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 uuuuuhh! Upgrade! Kanonen Munition! Yes! Oh! Halt! Warte mal, warte mal, warte mal, stopp, stopp! Treibstoff! Ey, wollte ich nicht! Boah, vier! Ey, ich will die haben, ich will die haben, ich will's haben! Schleifflug! Schleifflug! Da war doch mal noch einer! Go, 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 go! Go, 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 go! Oh! Ohne. Sog, Achtung! Ohalalaala Komm her, komm her, komm her, komm her! Pass mal auf! Ha, ich treffe noch, Kumpel! Oh, den habe ich, glaube ich, auf die Seite geschmissen. Ey! Stolzflug! Bumm! Und hier bremsen wir mal wieder. Wow! Leck mich, Loic! Lecker! Lecker! Wow! So! Yes! Oh Mann, hier kann man aber ziemlich viel verballern. Kann man aber immer nichts hören. Wow! Sei, Loic! Hat es gesagt! Oh, nein! So, was haben wir denn noch, was wir zerballern können? Oh, Kameratur! Ah nein! Wir holen es uns erstmal hier oben! Oder nicht? Wow! Drive-Stoff! Upgrade! Oh! Donald! Oh! Schlecht! Schlecht! Ich mag Helikopter! Keine Flugzeuge! Nein! Ich mag Flugzeuge! Äh! Nein! Helikopter mein ich! Ha ha ha! Brauchen wir doch was! Jungs! Ich brauche Upgrades! Honey! Yes! Gib den Schlüssel! Wow! 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 Rein! Rein! Go! Go! Oh Gott! Weih! Seid ihr der Wahnsinnig! Ey! Wow! Ist es gut? woher mit dir? Ey! Hier ist ja noch... Wow! Feih! Wahnsinnig! Ja, ja, ja! Hör Auf! Hör Auf! Upgrade! Kamikaze! Feuer! Komm her du Sau! Ende im Gelände, Kumpel! Wir haben ja ein Problem! Wir haben schon wieder einen... Oh, ne, ne, no, no, no! Boah, ich mach dich gleich... Klimaschaben! Oh, Leute! Ich glaube, hier oben ist was, ne? Nein! Woah! Ich wähle noch wieder... Was ist der? Bumm! Go, 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 go! Hey, wer hat denn alles versettet? Nicht gut. Klebstoff? Oioioioioioioo! Hab ich schon einen Geburtstag oder was?! Pff, das war wohl nichts, Kumpel! Klebstoff! Pfєх! Leu! Leuleunde, Leule. Jetzt ist aber ein Zammelstreich hier... Na? Hahahaak. Ha ha! Oh! Huu! Ey! Wicht der Faktor! Leute du nervst, ab in die ewigen Jagdgründe. Oh, tut mir aber leid, du konntest noch nicht mehr starten. Bumm. Hehehe. Ich stelle mich jetzt mal hin. Oh, tut mir aber leid. 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 tut mir aber leid ich hab nichts besser was vor tja leute hab ich heute noch einmal so klebstoff mein gott er denn das morgen ist weil sich jetzt nicht nötig aber und kommen die alle ja das ist wiedersehen ohne Hey, 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 gute Nacht. Bumm. Das wird langweilig. Bumm. Oh, das sieht ja geil aus. Cool, ich sehe nur noch Klebstoff. Klebstoff schnüffeln. Oh, geil, jetzt gibt es ein geiles Muster. Wow, Matrix. Matrix pur. Cool. Bumm. Cool. Tja, keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich hier mache. Bumm. Oh, das macht keinen Spaß mehr. Jetzt reicht es mir aber, Leute. Wow, Klebstoff. Oh, Leute. Was geht? 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 Wir müssen uns auf die Fensteren und auf die Fensteren gehen. Ah, ich muss aber eine Tasse finden. Mein Leimer! Ach, geht nun kaputt! Oh, 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 oh. Mensch! Nein, 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 nein! Ich habe mich selber eingesperrt. Oh, Leute, 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 Leute. Flugbare Raketen. Äh, flugbare. Blauflugbar. Denkbare Raketen. Auf Wiedersehen, jetzt habe ich aber die Faxen-Dinke hier. Ich hau ab. Storzflug! Schließ die Türen! Und wir landen! Perfekt! Oh, shit! Nicht ganz... Oh, je! Jetzt schon mal was vergessen, Leute, ne? Oh, ich kann das mit meinem Land mehr. Was? So, dann bin ich denn total beglockt heute. Hä? Habe ich ja mal was vergessen? Ah Leute, was ist denn jetzt los? Hab doch nur noch Klebstoff. Ja, was habe ich vergessen? Ich brauche Munition. Ja, was habe ich vergessen? Vielleicht sind wir noch was? Ach du... oh. Sagst du gleich, die Pläne habe ich vergessen? Oh je. Alzheimer ist grüßen. Voll lauter Klebstoff. Voll vergessen. Jetzt kommt der auch noch runter hier. Jetzt kann er gar noch was. Ja, dann kommen wir. Oh, hab ich den aber ausgesperrt. Oh. Leute, die muss fertig werden. Komm, 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 komm. Junge, Junge, Junge. Voll lauter Klebstoff. Vergiss ja das Tier. Ja, 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 ja. Oh, 43 Typen. Ach, es waren doch nur nötig, oder? Ja, 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 ja. Doktor Zweigstein. Ok wir müssen einen gelben Schlüssel sammeln und dazu das Modell und die Pläne und wir müssen einen Doktor retten. Das aber in der nächsten Folge. Wir begutachten erstmal den Klebstoff. Es kann sich nur um Stunden handeln oder Tage oder Wochen, je nachdem bis der Klebstoff verbraucht ist für die nächste Folge. Bis dahin auf Wiedersehen.